äh 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 und damit herzlich kommen mit der neuen Busfahrer Folge Bus Simulator Folge Du Düssel ist wieder am Start Falls ich ein bisschen K.O. wirke Leute habe am Wochenende bisschen Putty gemacht mit Lot of Scary also mit Flow ja bin ich ein bisschen K.O. von Flow aber passt schon äh neue Strecke stellen ja ja habe ich zwar schon einmal gemacht aber passt schon äh ja wie nennen wir diese Strecke weil ich am Wochenende Party gemacht habe weil sie ist einfach Alky Way kein Milky Way sondern Alky Way so ich muss jetzt noch die Bushaltestände hinzufügen äh welche kann ich noch nicht fahren das ist traurig der Zoom war ja so komisch in diesem Spiel so 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 weil wir weil wir langeweile haben haben wir jetzt machen wir uns jetzt eine Strecke wo alle drin sind damit die Alky's die wir nachts abholen lange und entspannt fahren können dann schon mal anfangen können auszunächtern okay ähm Fahrer zu weisen ich habe ja nur einen Bus noch habe ich keine Fahrer heißt noch muss ich selber fahren mein Alky Way in unserem krassen Mercedes Bus hier Zitaro Car Mercedes ja kranker Scheiß äh ja was machen wir wir machen die erste Fahrt direkt bei Nacht und holen die 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 Alky's ausm Club ab alles klingt doch gut ok aus der Gang rein schalten also irgendwas ist da gewaltig schief gelaufen die Strecke habe ich eigentlich auch schön beschissen gemacht also aber egal das ist der Alky Way äh oh mein Fuß juckt im Schuh das ist gar nicht gut das aaaah ist das oh aua das ist eklig ja 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 Fahr doch Halle wie hier gerade los gedüst ist als würde ihn wir verfolgen ich bin immer noch der Meinung ich mache hier gerade meinen Busführerschein so gut wie ich hier oder so lecker wie ich hier fahren tue ach wundervoll bisschen zu weit ich blinke immer noch äh ach lass mal kurz Fuß kratzen während ich hier einsteige aah es ist nicht besser geworden was steigt denn hier oh ich hab die Beleuchtung vergessen anzumachen hä ah ne er ist noch hier klar hier ach ich muss mir Fuß immer noch kratzen es ist schlimm klar jetzt sind es alles Ehrenmänner und haben ein Ticket hier und wollen mich nicht bescheißen ist das eklig wenn der Fuß im Schuh juckt ich hab so einen Hunger okay mach dir was dessen schnell schnell geklärt ich hab so einen Hunger ja okay geh wir essen hab ich doch hab ich ich hab's gar nicht WEISSIEN CHAN witzig ang wundschweilie braun tschüss eigentlich hab ich doch das Licht an oder oh da ist der Beischofahrer oi Brudi fang noch ein bisschen zurück ähm jetzt noch mal ganz kurz gucken nee genau ist das Licht an? was hat er denn gerade im 3 rum? ich hatte ich war müh also also komm mal rein Brudi na klar hier bitte na klar hier bitte klar gut alle korrekte Leute hier das das gut nur korrekte Alki ist hier im Bus ach ich muss das mal hochschalten ach ich hab ach hier ist auch alles so diesmal wenigstens keine Haltestelle verpasst ein Zeller man ein Forschungszentrum so ich hab jetzt gerade im Moment also vorhin schon endlich mal gecheckt was dieses Piepen heißt wenns so zwischendrin einfach so das ist dieses ich möchte gern halten diese Stopptaste vom Bus echt? Ehre dass du mich drauf hinweist mach ich gleich das meinte der mit Licht nicht dass ich nicht das Licht im Bus nicht annab nicht Bruder ich bin doch noch gar nicht da ganz ruhig ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas daneben ich weiß immer noch nicht warum die Ziege dran ist Tims Geburtstag gestern Abend ja was willst du ja ich auch nicht Liebstudent Anzahl eins trocken hast du ja gerade das Gefühl meine Maul spinnt hier ein bisschen rum Scheinwerfer an aus nicht das danke hey was machen sie so tja ich war mal wo hab ich da Augenblick da hier bitte ach du willst ihn doch raus Augenblick wollte er hier raus der sehr 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 gute Mann hey lange nicht gesehen wie war dein Urlaub in Sunny Springs oh es war genial den ganzen Tag nur Sightseeing und klingt gut ich denke ich werde meinen nächsten Urlaub auch da buchen ja mach das mal ich weiß nicht ob ich mit dem Fahrrad nicht doch schneller wäre ach halt wie klappbar ich bin ja wohl schnell genug unterwegs wäre der meckert da rum hier fahr du doch Bus mach einen Führerschein hab ich doch das Licht einfach ausgeschalten ja es ist wundervoll wunderschön was auch immer du meinst aber ja es ist es ist wunderschön hat's grad geblitzt ich fahr die ganze Zeit viel zu schnell ne ich guck gar nicht drauf ich bin ich bin ich bin wie in einer anderen Welt wenn ich nur auf die Straße gucke ich 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 kenne keinen Stopp Parken in Perfektion ja ne Parken in Perfektion und ich muss mein Fuß schon wieder kratzen Sie haben meine Farbe ich dachte ich hätte eine gekauft Ha! Ha! Jetzt hast du hast du falsch gedacht Brudi ah ja 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 ok da will der nächste an der nächsten Haltenstelle halten hier am Stocker uah Bodenschwelle äh ja Scheiße rum ich bin Busfahrer darf das hoffentlich kommt halt meine Haltestelle ich müsste mal wohin wieso sollte sie nicht wieso was sollst du machen Drogen kaufen gehen oder was also wieso sollte sie nicht kommen weil er ist ja denn ein bisschen falsch im Bus dann ist nicht meine Schuld also dann 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 Brudi ist wirklich nicht meine Schuld sehr glücklich ja kein Problem ich will ja auch dass du zu deinem Deal kommst also ja ich war nachmittags im Schwimmbad und hab dann die ganzen auch was vergessen auch eine Fahrkarte dann hat hier was vergessen ohne Momento wieso wieso einer noch mehr hättest du jetzt nicht mehr gleich mit dem Fuffi zahlen können Alter hab ich ihn schon ge- in den Augenblick oh nein ha ich hab sie vergessen ach bist du blöd du bist Bus fahren und denkst nicht an das wichtigste die doofe Karte ey kannst du nur das ist die letzte Haltestelle oder kommt da noch ein ich glaub da kommt noch eine ne oder noch zwei, drei ja noch zwei mindestens hab ich geschafft und niemand ist zu Schaden gekommen nächster Halt den Speichel perfektes Timing und perfekte Halte ich bin ich bin Profifahrer ehren Leute die es noch kaufen und nicht anders machen na fuck wieso wollte meine Maus grad nicht reagieren ich drück mehrmals auf na fuck danke jetzt musst du das hier mit den Tasten machen weil meine Maus einfach rumspinnt ich weiß nicht was mit meiner Maus heute falsch ist ich hab ihn meine na klar hier bitte na klar hier ist die ah hier ich glaub der wollt grad noch mehr sagen mit wem hier ist die Fahrkarte das klang zumindest sehr so ich glaub der wollt mir eigentlich noch zu schnell von seiner Katze erzählen dann hab ich zu schnell schon mit einer anderen Person geredet seht da mal wie asozial ich bin ich hör meinen Gästen nicht mehr mal zu ich bin ich bin Busfahrer ich muss abends arbeiten hoi hoi willst du ne Karte ich hab einige Fahrkarten bitte einige sogar Dauerwoche Standard ah willst du mich flaxen 56 Euro ich weiß jetzt muss ich aber erstmal kontrollieren ob wir nicht noch wieder böse dabei sind ich hab ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt ich hab ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt ja heul net rum heulst du ok nein das ist einfach die Sitzanimation dass sie so wackeln ok ich dachte schon hier aber ich hab schon traurige Fahrgäste hier ah ah falsch gefahren ne doch nicht doch doch ich bin falsch gefahren aber lässt sich umgehen indem ich einfach außen rum fahre ok das geht jetzt halt nur auf mein Timing so ein bisschen aber passt schon wie gesagt dann muss ich nicht Perfekt so kann man das auch schnell schaffen doch noch in die richtige Haltestelle zu kommen Lady bleib mal ganz hier schmeidig weil wenn ich kontrollieren will und wissen will ob du immer noch eine Karte beweiherst oder die Zwischendurch weggeschmissen hast oder sonst das ist jetzt nicht mein Problem dann kontrolliere ich und dass du jetzt deine Haustür nicht abgeschlossen hast ist ähm ganz schön bescheuert von dir also sagst du mir noch wo du wohnst oder ich brech ein danke äh ich mein natürlich ich mach ähm Wohnungsreinigung nächster Halt Westenspeicher Endstation bitte alle aussteigen ne kurze Zeit was zurückschieben hier tschüss Alter wie langsam willst du noch Alter langsamer geht es echt nicht oder Ruhe und keine Gäste mehr im Bus Perfekt ach und ein weiterer Tag als Busfahrer geschafft ach geil wieso fahr ich denn jetzt so krass außen rum Alter noch eine Ehrenrunde ein hoch auf den Busfahrer 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 ein hoch auf den Busfahrer Busfahrer Aua diese scheiß Laterne hat mich jetzt nicht ernsthaft 2.000 gekostet Aua Aua Einfach nur Aua Fahr doch Ja dann wird ein Rund Mann Ich dachte der fährt einfach durch Aua Mann Wieso So Jetzt auch noch geblitzt Ja komm Nee Das hat mir jetzt den Abend als Busfahrer schon wieder versaut Dass die Laternen auch so teuer sein müssen Okay Mode aus Alle Beleuchtungen aus Und Ne Brücke Neuer Bus Ja Endlich Strafzettel für Rasen 1.000 Kollision Aua 5.000 8.000 Und wir hätten 24.000 nach Hause nehmen können Aua Meine Maus spinnt heute rum in dem Spiel Alter Weiß nicht was los ist Ah Wir haben noch einen neuen Bus bekommen Hier Garage Ich dachte wir haben einen neuen Bus Möchtest du einen Personalisierten Bus Hier kannst du die Farbe ändern Wie ist das Ja wenn meine Maus nichts rumspielen würde Könnte ich das auch in der Tat machen Aber die meinten Meine Busse Ich hab wirklich nur den Ah den habe ich jetzt freigeschaltet im Job Dass ich den kaufen kann Kostet er mich 158.000 Kann ich mir den mal angucken Ja nice Aber Leute Ne Abbrechen Ich wollte eigentlich nur Ja irgendwo Ah hier kann ich Leute einstellen Genau Okay Julian Julia Von Helden Oh das klingt so niederländisch Eigentlich freu ich Niederländer Da hab ich schon Bock drauf Ich hab viele Gedichte Traut sich aber nie sie vorzuzeigen Hält den Weltrekord im Haferflocken essen Äh Ja Einstellen Richtig Lehrling Okay Aber Angestellter Ja Jetzt kann ich sagen Dass die Julia Alter Maus Hallo Maus Wow Ich bin irgendwo rum Wahrzuweisen Aber ich hab halt nur den einen Bus Also bevor ich überhaupt bin Hier zuweise Sollte ich vielleicht doch erstmal Dafür sorgen dass wir einen neuen Bus kriegen Aber das meine lieben Freunde Also einen zweiten Bus kriegen Machen wir in der nächsten Folge Vom Bus Simulator Ich hoffe euch hat das Video gefallen Wieso wird denn jetzt hier und da und angezeigt Aber ich Aber ich Die Bildschirmaufnahmen anhab und nicht die Nicht die Spielaufnahmen Ich bin auch ein Idiot Äh Ja Also hoffe ich Euch hat das Video gefallen Lasst ein Like und ein Abo da Wird mich auf jeden Fall freuen Und Dann haut rein Bis zum nächsten Mal Tschö Mit Ö Tschö